Hallo ihr Lieben, hier ist Sandra, eure Ernährungs-Tante. Ich freue mich, euch heute begrüßen zu können zur Folge 10, wie ich Gewicht zunehmen kann. Ganz häufig, finde ich, fehlt das Thema im Alltag immer, dass es Menschen gibt, die den Wunsch haben, auch an Gewicht zuzunehmen und eben mal das Gegenteil von dem Thema Abnehmen mit euch zu besprechen. Was ist wichtig dafür? Also was mir auffällt bei den Patienten, dort wo der Wunsch nach Gewichtszunahme ist, ist es so, dass häufig, nicht immer, aber sehr häufig ein erhöhter Anteil an Alltagsbewegung und Sport vorhanden ist, also viel Energieverbrauch dadurch stattfindet und meistens ein Defizit an Essen bzw. Mahlzeiten folge, als auch die richtigen Nährstoffe. Beim Zunehmen geht es eben immer um das Eiweiß und es kann sein, um Gewicht zuzunehmen, ist es immer notwendig, genügend Eiweiß zu essen, dass jemand eben zu viel Sport macht oder Alltagsbewegung hat, aber nicht genügend Eiweiß zu sich nimmt. Das heißt, der erste Tipp, den ihr bekommt, um das Gewicht anzuheben und nicht eben an Körperfett zuzunehmen, sondern an Muskelmasse und das macht man eben mit Sport und Bewegung oder Alltagsbewegung als auch wichtige Eiweißzufuhr. Bei der Eiweißzufuhr ist es so, dass man mindestens 70 bis 90 Gramm Eiweiß zu sich nehmen muss, um eine Gewichtszunahme zu erreichen, zum Teil sogar auch noch höher, das heißt 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also bin ich zum Beispiel ganz banal gerechnet, 80 Kilo schwer bräuchte ich 80 Gramm Eiweiß mindestens pro Tag, wenn ich zunehmen will, eventuell auch 90 oder auf 100 hochgehen. Wie kann man das machen? Eiweißreiche Lebensmittel, die am einfachsten, die Palette ist sozusagen die Milchprodukte. Hier habt ihr die Möglichkeit, in Richtung Quark zu gehen, also Naturquark, Naturjoghurt. Ihr könnt Naturbuttermilch, wer mag auch Kefir oder Molke, Natur nutzen. Ihr dürft natürlich gerne Milch oder Käse mit in die Mahlzeiten mit reinnehmen, vor allen Dingen auch zwischen Mahlzeiten. Dann habt ihr einen guten Eiweißlieferanten, wer sie gerne mag, in tierischen Produkten. Das wäre Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei, als auch der Wurstaufschnitt, also Putenhähnchenaufschnitt zum Beispiel, gekochter Schinken, da findet sich sozusagen das Eiweiß drin. Wer eher in die vegetarische Richtung gehen möchte, kann Hülsenfrüchte einbauen, wie Erbsen, Linsen. Die Avocado- und Olivenöl wird übrigens immer empfohlen, nicht wegen des Eiweißes, sondern wegen der gesunden Fette, was natürlich auch zum Speiseöl gehört, also wie für Deutschland gesehen Rapsöl zum Beispiel oder wer mag Olivenöl. Ihr könnt natürlich auch gut die kaltgepressten Öle mitverwenden, die euch dann mit den wichtigen fettlöslichen Vitaminen versorgen. Kommen wir aber zurück zum Eiweiß, also die Hülsenfrüchte hatte ich schon genannt, was auch immer sehr gute Lieferanten sind und schön für Snacks für zwischendurch ist, sind die Nussvarianten. Hier kann man zum Beispiel die Mandeln nehmen, Walnüsse sind ganz häufig auch bekannt. Dort habt ihr eben immer die gesunden Fette drin, als auch ein Eiweißanteil. Bei den Kohlenhydraten ist es so, damit der Insulinspiegel und der Körperfettaufbau nicht zu stark stattfindet, wäre es sinnvoll, immer ballaststoffreiche Kohlenhydrate zu verwenden. Das heißt, auch nicht zu stark verarbeitete Kohlenhydrate. Ballaststoffreiche, vollkornreiche sind Vollkornbrot zum Beispiel oder Vollkornteigwaren zum Beispiel bei Nudeln. Wer die Vollkornteigwaren, also Vollkornnudeln in diesem Fall nicht so gerne mag, sollte die Nudeln al dente kochen. Das heißt, nicht zu weich kochen, sodass der Körper schon nach dem, was auf der Verpackung steht, aber nicht zu lange im Wasser liegen lassen, weil die dann weich werden und dadurch sozusagen der Sättigungseffekt ein anderer ist. Das heißt, bei den Kohlenhydraten eher in die ballaststoffreichen Produkte gehen, Vollkornbrot, Vollkornbrötchen. Das heißt, immer dann, wenn ihr mehr Körner habt und mehr kauen müsst, habt ihr in der Regel auch immer einen höheren Anteil an Vollkorn und damit an Ballaststoffen enthalten. Bei Nudeln habe ich schon gesagt, sozusagen immer darauf achten, dass ihr die richtige Zeit einhaltet. Dann habt ihr sozusagen die al denten Varianten und natürlich selbstgemachte Pasta hat immer einen höheren Ballaststoffanteil aufgrund des Teiges. Wenn ich die Milchprodukte verwende im Naturbereich Naturjoghurt, Naturquark, gibt es natürlich viele, die sagen, das schmeckt mir aber nicht so. Kann ich auch verstehen. Da kann man dann wunderbar mit Obst zum Beispiel laufen, dass ich mir einen Früchtequark mache, was auch immer sehr gut für Gewichtszunahme geht, um den Eiweißanteil anzuheben, sind auch Shake-Geschichten. Also Joghurtquark mixen, ein bisschen Früchte rein, einmal durchpürieren mit Milch oder Wasser. Oder wer mag auch Ersatzdrinks wie Hafermilch oder Mandelmilch, könnt ihr die dann verlängern. Und wenn man dann die Shake-Geschichte über den Tag verteilt, zwischen den Hauptmahlzeiten trinkt, haben wir sozusagen die Garantie, dass 30-40 Gramm Eiweiß in einem selbstgemachten Eiweißshake aus 240 Gramm Quark und 250 Gramm Joghurt dann auf jeden Fall getrunken wird. Für das Snacken zwischendurch gebe ich immer den Tipp, kriegen wir die Kalorien hoch. Da gehen zum Beispiel so Käsewürfeln, Nüsse, da könnt ihr auch Obst klein schneiden. Ihr könnt natürlich auch ein Brot mit ein bisschen Salat belegen, wer mag, Wurst oder Käse, Tomate, Gurke, Paprika. Macht also ein Sandwich draus, schneidet das in kleine Stückchen und dann habt ihr die Möglichkeit, das auch zwischendurch zu snacken. Wenn ihr unterwegs seid, einfach in die Brotbox und mitnehmt, denn das, was ihr mit habt, könnt ihr dann noch essen. Das heißt, ihr habt die gesunden Varianten dann auch to go. So, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, was möglich ist, um Gewicht zuzunehmen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Umsetzung. Hört gerne mal in die anderen Podcasts rein. Falls ihr Wünsche habt, schreibt mir gerne. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Eure Sandra. Tschüss. 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 cet